Herzlich willkommen, du wundervolle Seele, zu deinem Lieblings-Podcast für Berufung und Business. Hier erhältst du deine tägliche Dosis High-Energy-Inspiration, wie du ein erfülltes, erfolgreiches und seelengeführtes Business manifestierst. Also, let's do it! Jump in und Inspiration on! Einen wunderschönen guten Morgen, ihr zauberhaften Seelen. Ich grüße euch hier mal wieder mitten aus der Natur, diesmal an einem wunderschönen Fluss. Ich war heute Morgen schon im Fluss, Yoga machen, schwimmen und am Fluss habe ich meditiert, visualisiert. Ich habe sogar heute Morgen den Soulbizbliss am Fluss gemacht, da habe ich so einen wunderschönen Platz gefunden. Einfach herrlich, ich liebe es, in und mit der Natur zu sein. Und, ach, ich genieße das so sehr. Und ich möchte heute auch wieder mit dir einen Soulbizbliss teilen, den, der mich persönlich sehr, sehr betroffen hat und der mich sehr herausgefordert hat. Und zwar die Aussage, die ich immer wieder gehört habe, und vielleicht ist es ja bei dir genauso. Ich habe immer wieder gehört, dass ich zu viel bin. Ich bin zu viel, ich bin zu laut, ich bin zu schnell, ich bin, ja, zu sehr dränge ich mich immer in den Mittelpunkt. Aber vor allen Dingen, ich bin zu schnell und ich bin zu laut und ich bin zu, ja, zu einnehmend. Und ja, lange Zeit habe ich das vollkommen abgekauft. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich das nicht bin. Dass es im Grunde auch gar nichts mit mir zu tun hat, dass das eher eine Aussage ist von meinem Gegenüber. Weil sich mein Gegenüber vielleicht nicht genug gefühlt hat oder fühlt. Und das finde ich spannend. Ich habe das ganz besonders in meinem näheren Umfeld erlebt. Und ja, vor allen Dingen bei der Familie, die es natürlich gut mit mir meinte. Und also da ist gerade sehr speziell, ist da ja meine Mutter. Meine Mutter, die hat sich immer in ihrem Leben immer so zurückgenommen. Dabei ist sie so eine großartige, wundervolle Frau, die so viel zu geben hat, so intelligent ist, so eine Ausstrahlung hat. Aber sie hat sich immer zurückgenommen. Sie kommt aus einer Generation, wo sie das ja mehr oder weniger auch perfektioniert hat. Und um mich zu schützen, in Anführungsstrich, wollte sie mir das auch weitergeben, dass ich mich auch zurückhalte. Weil sie hat ja, weil sie sich, ja, gerade als Teenager nicht zurückgehalten hat, hat sie immer wieder auch, ja, damit Herausforderungen, Probleme und so weiter gehabt. Und ja, sie wollte mich schützen, aber es ist nicht mein Thema, mich klein zu halten, leiser zu sein. Und mich zurückzunehmen, langsamer zu sein, ist nicht meins. Und als ich das so richtig erkannt habe, das hat gedauert, gebe ich zu, damals habe ich, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich eine klare Ansage an meine Familie, mein Umfeld, meine Freunde gemacht, dass ich nicht mehr bereit bin, mich zurückzuhalten, dass ich nicht mehr bereit bin, langsamer zu sein, dass ich nicht mehr bereit bin, leiser zu sein. All das bin ich nicht mehr bereit. Ich bin so. Ich bin wild. Ich bin Feuer und Flamme. Ich bin leidenschaftlich. Und ich möchte auch genau das leben und mich genauso zeigen. Und deswegen, wenn es dir vielleicht so geht, wenn du selbst auch, ja, vielleicht es öfters gehört hast, du bist zu viel, was es auch immer bei dir war, dann nochmal, könnte es sein, dass es gar nicht eine Aussage über dich ist, sondern eine Aussage von dem, der diese Aussage getätigt hat, dass diese Person sich nicht genug fühlt oder dich vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise beschützen möchte, wie es bei mir der Fall war. Aber trotzdem ist es nicht mein Thema. Und bloß damit sozusagen geschützt zu werden, aber mich zu verleugnen, ist keine Option. Und das merken wir gerade in unserer jetzigen Zeit. Und ich möchte dich inspirieren, bei dir mal selbst zu schauen, dir zu erlauben, wenn diese Aussage nicht mehr in deinem Leben wäre, wenn diese Aussage nicht mehr in deinem System wäre, wenn nichts mehr da wäre von dieser Energie, du bist zu viel, Wer wärst du dann? Wer wärst du dann? Wie würde dann dein Leben aussehen? Wie würde dein Alltag aussehen? Wie würde dein Business aussehen? Und das ist etwas, was mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt, auch im Celebrate Your Business Passion Projekt. Gehen wir genau darauf ein, uns zu erlauben, unsere wahre Natur zu leben. Nicht die, die wir gelernt haben oder die wir, ja, wo wir zurechtgestutzt worden sind. Genau deswegen haben wir das Problem. Viele sagen, ja, weil die Menschen so individuell sind, haben wir die Probleme eben nicht. Die meisten Menschen leben nicht ihre Individualität, ihre Einzigartigkeit. Eher das Angepasste, so ein bisschen, zeigen wir uns, aber nicht wirklich. Und wenn wir beginnen würden, uns wirklich und wahrhaftig zu zeigen, egal ob wir laut, leise, schnell, langsam oder was auch immer sind, das sind ja keine Skills, die zu jedem passen, sondern ich bin so, ich bin schnell, ich bin laut, ich bin, ja, vorne rausrennend. Und das bin ich und ich will das auch so sein. Das gehört auch zu meinem Seelenplan dazu. Um meinen Seelenplan zu erfüllen, muss ich sozusagen mich leben. Und bei dir ist es genauso. Und das ist etwas, wie gesagt, was mich täglich mit meinen Kunden beschäftigt. Wo ich täglich, ja, Menschen dabei unterstütze, dass sie das eben ablegen, transformieren. Diese Energien sozusagen, die in uns ja noch wirken. Diese nichtdienlichen Programmierungen sind ja Energiestaus letztendlich auch. Ja, weil dann kannst du nicht im Flow sein. Du bist nicht in deiner Frequenz. Und deswegen, das zeigt sich natürlich auch im Außen dann, in bestimmten Bereichen. Ob das, keine Ahnung, im Business ist oder mit den Finanzen oder was es auch immer ist. Also, wer wärst du ohne diese, ja, Programmierung? Stell dir mal vor, du erlaubst dir wirklich vollkommen du zu sein, so wie du wirklich sein willst. Wie fühlt sich das an? Großartig, oder? Und genau dafür stehe ich. Und ich liebe es zu sehen, wie Menschen sich entfalten, entwickeln, wieder in ihre Macht kommen, ihre Schöpferkraft benutzen, sich nicht mehr zurückhalten, ganz klare Entscheidungen treffen und bewusst für das gehen, was ihnen am Herz liegt. Und das Geile ist, dass immer dann auch dieser Shift kommt zu erfüllendem Erfolg, auch im Business. Das ist nicht nur etwas, was du für dich in Anführungsstrich machst, sondern je mehr du dir erlaubst, du selbst zu sein, das hat auch immer Wirkung. Du bist ein Energiefeld und du strahlst immer Energie aus. Das heißt, wenn du in deiner Kraft bist, du in deiner Energie, wenn du fließt, dann dehnt sich überhaupt dein Energiefeld eh noch weiter aus. Und du inspirierst auch die Menschen in deinem Umfeld, deinem näheren und weiteren Umfeld, auch mehr in ihre Kraft und Macht zu kommen. Ist das nicht genial? Also ich finde, es wird Zeit, dass wir einfach diese ganzen Programmierungen, die wir einfach übernommen haben. Und das ist ja nichts Schlechtes. Grundsätzlich sind ja Programmierungen gar nicht so verkehrt. Das Spannende ist halt immer, wie sind wir programmiert? Und wie gesagt, das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und wenn du auf deinem Weg Unterstützung möchtest, lass uns über deinen Weg sprechen. Wo möchtest du hin? Ich weiß, dass hier einige dabei sind, die ja gerade so dieses Thema Leadership der neuen Zeit in sich tragen, Lieder der neuen Zeit sind und sich aber noch nicht so richtig trauen, diesen Weg zu gehen. Lass uns über deinen Weg sprechen. Lass uns darüber sprechen, wie ich dich dabei unterstützen kann, dass du eben deine Einzigartigkeit lebst, sie mit der Welt teilst und endlich anerkennst, dass du, so wie du wirklich bist, das größte Geschenk bist. Nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld und für deine potenziellen Lieblingskunden. Weil da draußen gibt es ja irgendjemand, nicht nur irgendjemand, sondern eine Menschengruppe, die genau das braucht, in Anführungsstrich, was du zu geben hast. Genau, lass uns über deinen Weg sprechen. Melde dich gerne, schau einfach mal auf heidiemariewillmann.de-aktuelles vorbei. Da findest du ja alle aktuellen Angebote. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich weiterhin inspirieren zu dürfen. Aber ganz besonders freue ich mich, wenn ich dich dabei begleiten darf, dass du in die Umsetzung kommst, dass du das, was du eh schon weißt, umsetzt und ablöst mit deiner Einzigartigkeit. Also, hab eine fantastische Zeit, lass es dir gut gehen und bis bald. Ciao. Und, wie hat dir dieser Podcast gefallen? Hat er dich inspiriert? Hat er dir geholfen? Ich bin echt neugierig und freue mich riesig über dein Feedback. Auf deinen goldenen Agent aus dieser Folge und ganz besonders auf deine Bewertung dieses Podcasts. Denn durch dein Feedback inspirierst du nicht nur mich, sondern ganz, ganz, ganz viel mehr Menschen, um erfüllt und erfolgreich ihre Berufung zu leben. Ist das nicht großartig? Ich denke, dafür lohnt es sich ganz besonders, oder? So, mehr Infos zu den aktuellen Angeboten aus der Berufungs- und Seelenbusiness-Lounge der größten Online-Akademie zu Berufung und Seelenbusiness findest du auf unserer Seite unter heidymariewillmann.de-aktuelles. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.